Servus Leute, was geht? Für eine neue Folge Rainbow Six Siege Wir spielen heute wieder den neuen Modus Ich starte heute wieder mit Jackal in die Runde Bereit Angreifer haben die Anlage betreten und visieren die Server an Die Drohne ist aktiviert Angreifer wurden durch die Sicherheitsmaßnahmen der Verteidiger behindert Kompromittierung des Servers durch Angreifer unterbrochen Ein Angreifer wurde von den Verteidigern entdeckt Die Drohne ist aktiviert Verteidiger übrig Ja Einer fehlt noch, dann hätte ich das Ace Der Bündeter getroffen Wo bist du bereit? Der Bündeter Schmeckte das Ace vor Aktiviere Drohne Eben, die Bündeter Spuren 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 Anfeuerliche Objekte Ey, ich bin ohne sich gewirfen mit dem. Jetzt schickt ihr schon wieder auf meine Pläne. Du kannst dich nicht fehlen. Noch ein aktiver Angreifer. Nee, das darf es doch nicht sein. Fuck. Alle Angreifer wurden beseitigt. Die erste Runde fängt schon so gut an, dass dann kamen die und kam der eine und killte mich und den anderen. Das weiß ich mal wieder komplett. Meiner Meinung nach ist Carly nicht so ein Operator für diesen Modus. Ich würde ihn nicht empfehlen. Außer man ist ein richtiger Pro in Carly. Aber es ist eher mehr auf Nahkampf. Also dieses Spiel ist eher mehr für Nahkampf. Die Drohne ist aktiviert. Du gehst doch öfters in die Nahkampf und reisen. Wechsle schnell Magazine. Die Drohne ist aktiviert. Angreifer wurden durch die Sicherheitsmaßnahmen der Verteidiger behindert. Die Drohne ist aktiviert. Eine Reise der Angreifer überbrücken. Die Angreifer überbrücken das Server Sicherheitssystem. Die Drohne sind in die Drohne. Verteidiger haben die Angreifer lokalisiert. Warum killst Sponsport mich? Die Angreifer versuchen einen Server zu kompromittieren. Noch ein aktiver Verteidiger. Ein Server wurde durch die Angreifer beschädigt. Ja, hat sich geschreckt und deswegen hat er mich auch gekillt. Kann sein, kann sein, kann sein, keine Ahnung. Ist halt so. Wenn ich ihn nächste Runde kille, bringt es mir auch nicht mehr. Also kann es vielleicht sein, dass wir verlieren. Wir wollen ja das Game gewinnen und deswegen... Bringen wir ihn nicht um, ist ja egal. So, dann spielen wir... Also starte ich wieder. Ich spiel mal mit Ligen wieder. Letzte Runde mit Ligen richtig passiert. Also letztes Video, so. Ich lässe unser letztes Video. Ich nehme dieses und das letzte Video, habe ich am gleichen Tag aufgenommen, also heute. Und... Also heute, dem 5.8. Angreifer haben die Anlage betreten und visieren die Server an. Dang. Mr. Kraff. Wir sind ja noch einmal. Dann müssen wir mit Runde gefangen. Das ist mit Runde. Ja, wir sind die Gerber. Wir sind die Journalist-Magazine. Thai, woher! Da war es. Nochmal! Geh! Da war es. Da war es. Da war es. Die Sicherheitsmaßnahmen der Verteidiger behindert. Angreifer überbrücken das Server-Sicherheitssystem. Verteidiger haben die Angreifer lokalisiert. Ein Verteidiger übrig. Alle Verteidiger wurden eliminiert. Es ist halt immer blöd, wenn du gegen einen Kämpfst und ein S-Dog, der dich nur daunt und du möchtest dich aufhelfen und der dich gleich wiederum legt. Also, das ist halt nicht so geil an Tag. Nicht nur an Tag, aber auch an einen direkten Kampf. Wenn du nicht direkt im Kampf drinnen bist, sondern eher mehr defensiver bist und du durch einen Wandschuss oder durch einen Schuss, der eigentlich wen anders treffen sollte. Die Verteidiger müssen verhindern, dass die Angreifer die Server hacken. Ich dachte, ich bin schon wieder nischen. Ich schau mir diese an. Angreifer wurde durch die Sicherheitsmaßnahmen Verteidiger behindert. Überbrückung des Server-Sicherheitssystems durch Angreifer gestoppt. Ein Angreifer ist noch aktiv. Das kann ja nichts sein. Meine Fischen sind in Position. Warum gehen wir nicht durch die Kampfs? Warum gehen wir nicht durch die Kampfs? Mr. Krabs, geh über die Kampfs. Lade neues Magazin! Okay. Okay. Elevator. Okay. 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 Was macht der? Jetzt würde... Server Sicherheitsverstoß entdeckt. Angreifer durch Verteidigung, nur keine Licht. Kein Verteidiger ist noch übrig. Die Angreifer haben einen Server gehackt. Alle Verteidiger wurden terminiert. Der ist jetzt so... Okay. Okay. Wait. Und dann... Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Wenn ihr die nächsten Videos wiedersehen möchtet, dann aktiviert natürlich auch noch die Glocke. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.